machen ihr verdammter nahr was in gottes namen glaubt ihr dass ihr da tut nun um ehrlich zu sein war ich es der den befehl gab die gegend weiter zu erkunden ja das mag sein aber nicht einmal ihr wert so dumm einen frontalangriff auf die püße anzuordnen die püße die püße in der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft das glaube ich nicht meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nicht unternehmen ich habe die Grafschaft verloren vor zeigt etwas Rückgrat mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder später trifft eine Botschaft der Ratte ein die besagt über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt während der wohl sich die Nachricht verließ schaut ihr unser long arm rein wie begossene Pudel jawohl sechster ist bereit über eine Waffenruhe nachzudenken wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen dass der da oben ja was haben wir da nicht von gar nichts eine falle auf eben diese weise wurde der Vater dieses burschen getötet wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen jawohl jawohl nein nein für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer wohl sagt wohl sagt ihr werdet entlassen damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer Nächten Aufgabe besprechen können allein schließlich ohne mich der Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach und euch eure Nächte Aufgabe zuzuweisen darf nicht beisein oder Lord Wulsack wünscht in seiner Weisheit dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt aber mir gefällt das nicht ich stelle euch meine besten Steinmetz zur Verfügung so dass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt okay errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs de Pys ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen um unsere Ländereien zu sichern müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden das klingt doch schon wie die untere Sinne Arschritze ey das wie es anhört oder? Herzog de Pys de Pys ein Treffen mit euch in dieser Schlucht da guckt ihr das mal es ist eine Falle siehst du? Arsch Wulsack Arsch ey meine Schimpfung schützen leck mich am Arsch boah ey du kannst nix machen ne? ne ich kann nicht ich hab mich nie mehr wehren können eine Falle ja unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt jetzt erhaltet ihr neue Befehle errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs de Pys vor setzt die Steinmetze ein die ich euch mitgab um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten Zinn bieten besseren Schutz ok alles klar dann packen wir es mal an ziert einen Bergfried um eure Burg anzulegen euer Gnaden platziert euren Kornspeicher das sei er Mann jetzt renn doch da mal nicht rum du Blödmann weg so 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 zur Stelle wir benötigen Gold Bogenschützen bereit Visiere an ziel angepeilt rücken aus sieben Seite noch oder habe ich einen vergessen da ist schon einer tot so Holzfäller zwei drei vier fünf fünf und Beide doch mal ein bisschen Okay. Steine. Dicke fette Steine erstmal. Zur Not. Muss er zur Not drum herum müssen. So. Ich mache kein Tor oder sowas. So. 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 Oh, come on. Holz. Wir benötigen Holz. Ja, ja. Kann ich ja zur Not nachher welche wieder abreißen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir benötigen Holz. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ich muss aber Dings bauen. Sorry. Ich muss noch einen Pfeilerwacher bauen. Nein, ich muss noch einen Pfeilerwacher bauen. Ich muss noch einen Pfeiler mit dir Wir benötigen Holz. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Erzähl nicht. So, das erst mal. Wie sieht es aus mit Gold? Eure Beliebtheit sinkt. Können wir vorstellen. Wir haben keine Nahrung mehr, Sire. Wir benötigen Holz. Kommt doch, da gibt es die Menge, oder nicht? Jo, 15 von 14. Weg da! Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Der Kuhstall ist da auch nicht das Ideale. Hier noch mal kaputt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja. Wir benötigen Holz. Eine Botschaft der Ratte. Ja, jetzt geht das wieder los. Wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Ja. 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 Ein paar Bogenschützen, ey. Ach, wir haben kein Geld auch nicht. Ich brauche aber Geld. Mein Herr, bin zur Stelle. Eure Befehle in Bewegung. Bin zur Stelle, bin zur Stelle, Rücken aus. Ja, Pfeile bereit, sind auf dem Weg, in Bewegung. Nicht schon wieder so ein Scheiß. Bogen gespannt. Rücken aus, sind auf dem Weg. Bleibt die hier oben? Visiere an. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Bogenschützen bereit, in Bewegung. Drogen aus, werden die Drogen ausgedont. Bogen aus. Bewegest du noch immer. Verrückst du Drogen aus. Wir benötigen Steine. Ja, komm doch gleich. Glaube ich, darf ich doch. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Wo ist Steine her? Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr, sind auf dem Weg. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Eure Befehle in Bewegung. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Bin zur Stelle. Die Leute verlassen die Burg. Die Truppen der Ratte greifen an. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Bin zur Stelle. Rücken aus. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Es kommen Leute zur Burg. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Der Feind befindet sich in der Burg. Bogengespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogengespannt. Visiere an. Zähl angepeilt. Pfeile bereit. Bogengespannt. Bogen gespannt. Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Waffenbogen. 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 Woher. Schwer. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr, in Bewegung. Eure Beliebtheit steigt. Bin zur Stelle. Die Truppen der Ratte greifen an. 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 Ich bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ist zwar nicht so die konventionelle Art, aber... Wie viele Steine haben wir denn jetzt? Acht. Okay. Brauche ich hier noch ein Torhaus hin? Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, kommt doch noch. Kommt doch, oder? Was sieht es denn aus mit dem? Keine Treide. Hier noch Bretter. Bretter sind hier noch da. Holz haben wir jetzt hier noch. So. Man, da ist ja nicht so... Das ist hier nix mehr. Es ist sehr spät, Sire. Seid ihr nicht schläfrig? Nein, ich bin nicht schwul. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich kann aber doch. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Bin zur Stelle. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ey, kommt denn endlich bald mal mit... Mit Steinen wieder? Wir haben beinahe keine Nahrung. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Die Truppen der Ratte greifen an. Wo sind sie denn immer schon da? Dann lassen wir lieber hier noch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Mein Herr? Pfeile bereit! Bogen gespannt! Visiere an! Zähl angepeilt! Pfeile bereit! Bogen gespannt! Visiere an! Zähl angepeilt! Rücken aus! Unerreichbar! Pfeile bereit! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bogen gespannt! Visiere an! Zähl angepeilt! Der Feind ist bezwungen! Tja! Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Nadelöhrtechnik! Nadelöhrtechnik! Die Nadelöhrtechnik war das! Haben wir jetzt keine... Ach, wir haben kein Geld mehr! Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr! Wie viel Essen macht ihr? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden! Ja, lass mich doch mal gucken. Ich wollte doch eigentlich was vorhin gucken. Da sind doch die Eierplätzchen... Die Eierplätzchen dazwischen gekommen. Zwei Getreide. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren! Hast verloren? War's das? Oh, ha, ha! Endlich! Boah, das hat nervengekostet, ich schwöre. Ich hab dreimal angefangen den Scheiß! Oh, danke! Ciao, bis zum nächsten Mal!